Hey Freunde, es ist wieder Philipp von abmischenlern.de und heute möchte ich euch zeigen, wie ich am liebsten meine Akkorde einspiele bzw. ist das für mich der einfachste Weg, wirklich geniale Akkorde zu finden, ohne dass ich irgendwelche Musiktheorie beherrschen muss und es einfach spielerisch machen kann. Was ihr dafür benötigt und wie man das macht, erzähle ich euch gleich. Erstmal würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessiert, dann teilt das Video doch sehr gerne. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr das tut. Jetzt zum eigentlichen Thema, wie ich am liebsten meine Akkorde einspiele. Eigentlich ist es schon ein Hack bzw. es ist irgendwie auch ein Sheet, weil wie gesagt, man muss nicht, so wie man das aus irgendwelchen Spielen kennt, dass man irgendwelche Sheets eingeben kann, auf einmal erscheinen geile Dinge und so, eigentlich in dem Sinne ist es schon so. Was ich dafür benutze oder was man dafür benötigt, ist tatsächlich die Native Instrument Maschine bzw. es gibt sicherlich auch andere Programme, die sowas ähnliches können. Falls ihr was ähnliches kennt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es gibt auch eine ähnliche Funktion in Logic, allerdings ist die nicht wirklich so geil. Und deshalb möchte ich euch meinen Weg zeigen, so wie ich das sehr, sehr gerne mache. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal die Maschine angeschmissen. Was ich, das deaktiviere ich nochmal alles, ja. Ich habe hier einfach ein normales Klavier geladen. Und ihr seht, ein Button leuchtet schon mal rot, aber damit kann man jetzt quasi nur einen Ton spielen. Und was wir dann machen, wir gehen quasi in den Pad-Mode. Also wir gehen in den Pad-Mode, ja. Und dann seht ihr schon, dass man quasi hier oben sieht man jetzt schon mal auf jeden Fall leuchten. Erstmal hier an dem Feld und da oben sieht man leuchten schon mal ganz andere Töne jetzt auf. So, das ist noch nichts Spezielles, ja. Chromatisch bedeutet auch, du kannst jetzt jeden Ton spielen, so wie man das auf dem Keyboard kennt oder Klavier, ja. Das heißt noch nicht, dass irgendein Ton hier irgendwie zusammenpasst oder in einer Tonleiter ist. Dafür kann man hier quasi das Rädchen drehen erstmal und quasi die Tonleiter festlegen, ja. Jetzt haben wir hier eine Major-Tonart, also eine Dur-Tonart. Und hier oben sieht man, ich hoffe, das kann man gut sehen, das ist halt leider noch das ältere Modell der Maschine. Aber ich hoffe, man erkennt das trotzdem, die einzelnen Töne dieser Tonart. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier einen Ton spiele, passt der immer zu A Major, also A Dur, ja. Wenn ich das jetzt umstelle, kann ich, dann bin ich jetzt zum Beispiel bei Moll drin, ja. Dann haben wir jetzt alle Töne der A-Moll-Tonart. So, aber wir haben jetzt hier auch immer nur noch einzelne Melodien, ja, beziehungsweise einzelne Töne, ja. Damit kann man natürlich jetzt Melodien machen dann im Anschluss. Aber wir wollen ja Akkorde jetzt in diesem Video machen. Und da habe ich mir ausgesucht, beziehungsweise würde ich mir wünschen, so kann man anfangen zumindest, dass man quasi hier ein harmonisches Moll spielt. So, und jetzt wird immer der Grundton und die Quinte, also der fünfte Ton, der Tonleiter sozusagen, zusammengespielt. Das seht ihr hier, Type, ja. So, das wäre ein ganz normaler Akkord jetzt. Den habe ich einmal hier gedreht auf 1, 3, 5. Dann seht ihr auch immer, welche Töne angeschlagen werden, ja. Und so habt ihr schon mal, könnt ihr schon mal normale Akkorde spielen. Das ist auch schon ganz cool. Hier könnt ihr noch verschiedene Typen einstellen. Ja. Ihr seht, also da habt ihr schon direkt Akkorde, ohne dass ihr jetzt wirklich ein großes Verständnis von Musiktheorie benötigen müsst. Hier oben kann man übrigens nochmal dann die Grundtöne verstellen. Gehe jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir ein G-Moll. Und man kann das halt auch so schön sampleartig einfach spielen, dass man hier wirklich so... So musst du das erstmal auf dem Klavier spielen können jetzt. Man kann natürlich auch jeden anderen Sound da reinladen. Das ist ganz klar. Muss jetzt nicht unbedingt ein Klaviersound sein. Aber, was halt auch extrem cool ist. Also wie gesagt, hier kann man extrem viel rumspielen. Aber was ich besonders cool finde, sind die Chordsets, ja. Das bedeutet, sie sind fertig programmierte Chordsets mit bestimmten Akkorden, die wirklich direkt cool klingen. Und wir gehen hier auch mal wieder zu Moll, weil ich mag eher Moll als Dur. Irgendwie klingt immer alles ein bisschen, ja, klingt Molliger. Und, ja, wenn man dann hier drauf drückt. Und das klingt direkt nach einem, ja, nach einem Popsong, sage ich mal. Und ich habe hier gar nicht viel gemacht. Ich habe jetzt einfach hier nur ein bisschen wahllos drauf gedrückt. Wir können jetzt mal irgendwas anderes spielen. Mal gucken, ob es passt. Gut, jetzt habe ich die Velocity nicht ganz so gut getroffen. Die kann man hier oben auch einstellen. Dann ist egal, wie ich drauf schlage, ist immer die gleiche Velocity, also die gleiche Anschlagsstärke. So, und so kann man sich da ausprobieren. Und das ist quasi die Variante, wie ich das gerne nutze. Und wenn ich das dann gefunden habe, ja, wir machen jetzt mal irgendwas randommäßiges. Muss jetzt nichts Cooles sein. Wir stellen jetzt hier einfach mal ein ganz kurzes Pattern. Denn das ist auch noch eine sehr, sehr coole Funktion. Dass wir jetzt einfach mal das Ganze aufnehmen. Und verzeiht mir, wenn ich das nicht hundertprozentig geil spiele. Ja, jetzt war das Metronom auch aus, deshalb gar kein Takt hier. Aber ihr seht, wir haben das jetzt hier unten schon mal eingespielt. Und das ist jetzt das Coole, was ich dann auch nutze. Ich fange hier mit der Maschine quasi an, die Akkorde zu programmieren, ja, oder einzuspielen. Und dann kommt der Punkt, wenn ich mit dem Sound schon allgemein extrem zufrieden bin, dann kommen diese beiden Sachen ins Spiel. Nämlich hier, wenn ich wirklich zu hundertprozentig zufrieden bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel was gesampelt habe, ja, also nicht so ein eigener Akkorde einspielt, sondern irgendwas gesampelt. Also wenn ihr da zum Sampling mal ein Video haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, kann ich das auch noch machen. Dann würde ich das jetzt verwenden. Das bedeutet, ich drücke hier einfach drauf und per Drag & Drop kann ich mir einfach das Gespielte rausexportieren. Achso, spielt jetzt natürlich auch hier. Ja. Und dann habe ich das rausexportiert. Und habe es direkt als Wave und kann es dann weiter hier in Logic bearbeiten. Oder, was ich bei solchen Sachen immer ganz gerne mache, eigentlich ist, wenn ich einfach was mit dem Klavier eingespielt habe, dann ziehe ich mir hier die MIDI-Datei raus. Ja, das brauchen wir nicht, wir haben das Tempo ja schon drin. Und das ist halt auch ganz cool, denn, wie gesagt, verzeiht mir, das ist hier nicht im Takt oder sonst irgendwas. Jetzt habe ich die MIDI-Region, habe ich jetzt quasi hier in Logic und kann jetzt, jetzt habe ich hier das normale Stimeway-Piano, kann jetzt hier irgendwas anderes reinladen, irgendeinen anderen Sound. Ja, nehmen wir mal hier irgendwas vom Alchemy. Keine Ahnung, hier Pad oder so. Weiß ich nicht, irgendwas. Mal sehen, ob das klingt. Ja gut, das war jetzt nicht der beste Vorschlag. So, und jetzt habe ich das alles hier drin und kann hier quasi in Logic weiterarbeiten. Das ist auch der Punkt, wo ich dann die Maschine wieder ausmache. Beziehungsweise manchmal nutze ich es dann noch für Drums oder so. Aber ja, einfach für diese Findung der Akkorde ist das extrem geil und handlich. Und ich arbeite dann lieber weiter in Logic. Es gibt auch Leute, die machen komplett alles dann in dem Maschinenprogramm weiter. Ja, wie gesagt, das nutze ich dafür nicht, sondern rein dafür und ab und zu noch dann für die Drums. Aber das ist so wertvoll, wenn man so schnell auf geile Akkorde kommt. Und wie gesagt, ich kann kein Klavier spielen oder sonst irgendwas. Ich übe das zwar ab und zu, ja, aber kann ich nicht. Und solche Akkorde würde ich da nicht so spielen können. Und deshalb ist das quasi meine Variante, wie ich am liebsten Akkorde einspiele und programmiere sozusagen. Und ja, ich hoffe, das hilft euch irgendwie weiter. Falls ihr schon eine Maschine habt, könnt ihr das vielleicht in der Form nutzen. Wenn ihr andere Programme kennt, die das ähnlich können, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gucke ich mir gerne mal an, was es da noch so gibt in dem Bereich. Ja, ansonsten würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessiert, teilt die Videos sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Wer meine besten Mixing-Tipps haben will, kann die sich in Form meines Newsletters runterladen. Die verlinke ich einmal oben im Video, einmal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf meine Website, wo ihr euch einmal mit eurer E-Mail-Adresse eintragen müsst. Sobald ihr das getan habt, bekommt ihr eine E-Mail von mir, die ihr einmal bestätigen müsst. Und dann seid ihr direkt dabei. Und am Anfang bekommt ihr sogar gleich fünf meiner besten Mixing-Tipps auf einen Schlag. Ja, und falls euch das irgendwann nicht mehr interessieren sollte, dann könnt ihr euch auch natürlich jederzeit wieder abmelden. Also das von mir. Mein Name ist Philipp von abnischlein.de. Ciao.